Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinem Podcast Episode 204. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Als allererstes muss ich mich ganz, ganz groß bedanken bei Marion, die eine für mich völlig unerwartete PayPal-Spende dagelassen hat. Es gibt nur wenige Leute, die den PayPal-Button finden auf meinem feinen Blog. Und das ist mir viel zu spät aufgefallen, Punkt 1. Und zum anderen habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Also vielen Dank dafür. Die Arbeitswoche bestand im Wesentlichen oder das Highlight der Arbeitswoche war eine Nachtreportage oder Abendreportage, muss man sagen. Wir hatten das als Nachtreportage angedacht. Und zwar wird ja gerade gebaut, das Nordlink-Kabel, das ist ein Gleichstromkabel, das von Ponstadt in Norwegen nach Wilster in Schleswig-Holstein reichen wird. Und das sind so 600 Kilometer, die dieses Kabel lang sein wird, etwas mehr. Und da wird über Gleichstrom eine Höchstspannung übertragen. Nein, man überträgt keine Spannung. Das geht nicht. Also es ist ein 380 Kilowolt-Kabel und da kann eben mit einer maximalen Kapazität von 1400 Megawatt Strom übertragen werden von in beide Richtungen. Und der Plan ist, wenn das einmal fertig ist, an 2020 an, soll also überschüssiger Windstrom aus Deutschland nach Norwegen geschickt werden, damit die es dort in ihr Stromnetz einspeisen können und ihre Wasserkraftwerke auslassen können. Andersherum, wenn bei uns dann Flaute ist, soll norwegischer Wasserstrom, Wasserkraftstrom über die gleiche Leitung wieder zurückkommen und hier also für eine größere Grundlastfähigkeit bzw. größere Versorgungssicherheit vom grünen Strom sorgen. Damit das alles funktioniert, braucht man Transformatoren, die den Strom, also der wird hier in Gleichstrom übertragen, im Stromnetz wird aber Wechselstrom gebraucht. Richtig? Richtig. Naja, jedenfalls braucht man diese Riesentransformatoren. Und einer von diesen Dingern, der erste ist jetzt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag losgeschickt worden vom Brunsbüttler Elberhafen. Da wurde der angeliefert per Schiff aus Schweden. Und der musste also 17 Kilometer weit in diese Converterstation gebracht werden, das Ganze mit LKW über Land. Und weil dieser Transformator nun 225 Tonnen wiegt, muss das eben ein besonderer Transport sein. Und den sollte ich also begleiten. Und sie hatten erst gesagt, naja, wir fahren dann um 22 Uhr los und das könnte bis zu sieben Stunden dauern für die Strecke. Und schon gesagt haben, na, ernsthaft? Ja, sagt er, hm, also wenn alles gut läuft, dann könnten es auch in zwei klappen. Und tatsächlich ist es so gut gelaufen, dass es etwas mehr als anderthalb Stunden gedauert hat oder etwas weniger. Genau, 2020 losgefahren. Ja, weniger als anderthalb Stunden haben sie gebraucht. Ging natürlich nur mit 30 und an manchen Stellen auch nur mit Schrittgeschwindigkeit, weil dann irgendwie unter der Straße noch so Siedelzüge längs laufen, also Entwässerungskräben. Und da ist die Straße natürlich dann ein bisschen empfindlicher, da müssen sie also in Schrittgeschwindigkeit drüber fahren. Und an einer Stelle mussten sie auch den RAFO dann ganz weit absenken, damit er unter einer Brücke durchpasst. Also das war schon ziemlich beeindruckend. Und das waren echte Vollprofis, die da am Werk waren. Das hat man wirklich in jedem Moment gemerkt. Die wussten ganz genau, was sie tun. Alles in allem war dieser Transport über 75 Meter lang und zusammen mit LKW und Zugmaschine, bla bla bla, waren das 475 Tonnen Gesamtgewicht auf 38 Achsen. Das war echt krass. Ich habe einen Online-Bericht dazu geschrieben, der ist auch noch online, werde ich verlinken. Da sind mir auch die Fotos ganz gut gelungen. Da war ich ganz froh und da waren ein paar schöne dabei. Und das könnt ihr euch ja dann mal angucken, wenn ihr möchtet. Ansonsten habe ich diese Woche ein bisschen experimentiert. Ich hatte einfach brutal Bock auf Mate zum Mittagessen. Ich hatte mir was geholt von Auswärts, was ich dann im Studio gegessen habe, im Büro. Und stand im Supermarktregal und wollte gerne Mate mitnehmen. Und jetzt war Mate nahezu komplett ausverkauft. Es gab keine Club-Mate, es gab keine Fritz-Mate. Es gab Mio-Mate nur noch mit Bananengeschmack. Also in meiner Verzweiflung gesagt, na gut, okay, nehme ich es halt mit. Ich hätte natürlich im Nachhinein, als ich es schon gekauft habe, fiel mir ein, dass es ja bei uns am Bahnhof in Heide, fünf Minuten vom Büro entfernt, im Bahnhofskiosk auch Club-Mate gibt. Da hätte ich dann eher zuschlagen sollen, wäre schlauer gewesen. Aber leider bin ich nicht immer so wahnsinnig schlau. Ich habe also Mio-Mate-Banana probiert. Ganz ehrlich, also vielleicht geht das irgendwie, wenn man da Dschunk draus macht oder so. Dann, das könnte ich mir vorstellen. Aber ansonsten so zum Pur-Trinken, dann auch noch in Zimmertemperatur. Nein, vielen Dank. Also der Erstgeschmack ist richtig fies. Das ist super, super süß. Und nachher, so im Abgang, kommt dann so ein Hauch von Banane. Und das war, also um Philip Fry von Futurama zu zitieren, das schmeckt wie eine Party in meinem Mund, bei der alle kotzen. Das war nicht so schön. Da habe ich mich überhaupt nicht mit wohlgefühlt. Das kann ich nicht so richtig empfehlen. Aber auf Twitter habe ich schon einige Leute gelesen, die in der Reaktion auf meinen Tweet gesagt haben, ihnen schmeckt das ganz gut. Darf ja jeder sein freies Land. Das kann ja jeder seinen Geschmack haben. Für mich ist das nichts. Ich bleibe einfach bei der ganz straighten Mate. Und die Reihe geht für mich ganz klar. Fritz, Klopp, Mio, Mate, Mate, dann kommt Rio. Und dann gab es noch irgendeine Sorte, die ich aber schon wieder verdrängt habe. Also, naja, schmeckt ja sowieso, hat irgendjemand beim Kongress, glaube ich, geschrieben. Beim letzten, Mate schmeckt wie Tee mit einer Fluppe drin. Kommt auch hin ungefähr. Naja. Im Studio bin ich noch nicht so wahnsinnig viel weitergekommen in letzter Zeit. Ich habe zumindest jetzt eine Vorhangstange für den zweiten Akustikvorhang, der also vor das andere Fenster soll. Und da auch schon die Halter besorgt. Aber ich komme einfach nicht, bin nicht dazu gekommen, diese Woche die anzubohren. Weil wir natürlich auch irgendwie ein paar andere Sachen zu tun haben. Kisten auspacken, die alte Wohnung irgendwie noch einigermaßen in Übergabe fein machen. Dinge suchen, die wir dringend brauchten. Und so ein Kram. Und im Zweifelsfall halt auch die ganze Nacht arbeiten. Also dieser Nachttransport, bis ich da zu Hause war, also im Büro war, war es Viertel nach elf. Und jetzt sollte ich ja den Online-Text ganz, ganz früh abliefern. Das habe ich noch eben ganz vergessen. Das ist total dumm. Und der letzte Zug aus dem Büro fährt halt irgendwie um kurz nach eins. Und das habe ich nicht geschafft. So schnell war ich nicht. Es soll ja auch ordentlich werden. Es soll ja sich auch gut lesen. Und dann musste ich auch noch einen Beitrag machen für das Morgenprogramm, für das Frühprogramm. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann bleibe ich halt da. Dann hetze ich mich nicht groß ab mit und mache das dann eben noch alles so in Ruhe fertig. Und dann war es irgendwie dreieinhalb, vier, bis ich damit durch war. Und entsprechend, als ich dann zu Hause war, das hat dann auch bis elf gedauert, weil ich dann noch irgendwie zwei andere Sachen produzieren sollte. Und in der Konferenz musste ich auch da sein, wollte ich gerne um zehn losfahren. Der Zug ist aber ausgefahren. Also war es dann elf, bis ich losgekommen bin, war ich gegen Mittag zu Hause. Und dann fällt es natürlich auch nur noch tot um. Und da habe ich irgendwie den ganzen Tag nichts mehr geschissen gekriegt. Schon gar nicht hier irgendwelche handwerklichen Sachen. Ich habe ein bisschen was ausgemessen für ein Bücherregal, was ich noch an die Wand schrauben will und noch für so ein Sideboard. Das ist alles soweit vorbereitet. Das muss ich jetzt halt nur noch machen. Aber es dauert halt auch einfach seine Zeit. Ja, und dann werde ich demnächst, das ist jetzt einer der nächsten Schritte, jetzt wirklich dann auch mal das Akustik-Mollton bestellen für diese andere große, weiße, glatte Wand. Und auch da brauche ich ja dann noch eine Vorhangstange. Fällt mir bei der Gelegenheit ein. Da muss ich dann auch noch mal mir was einfallen lassen. Und das ist es dann auch im Wesentlichen, was jetzt so die nächsten, na gut, ein Teppich. Teppich, der hier unter dem Studiotisch liegt, der muss auch noch sein. Und ich habe mit einem Tischler gesprochen. Mein Podcast-Tisch, der ist ja ausziehbar. Und ich habe den aus der Ikea-Fundgrube günstiger bekommen, weil eben dieses Brett für diesen ausgezogenen Teil, das war nicht mehr da. Das haben sie irgendwie verbummelt bei Ikea. Und deswegen gab es den Tisch für mich günstiger. Und jetzt träume ich, seitdem ich den habe, möchte ich ein Brett haben in der Mitte und möchte das machen lassen, weil ich da selber nicht in der Lage zu bin, weil da ja auch solche komischen Nupsis dann drin sind in der Tischplatte, damit dieses eingelegte Brett da besser hält. Und dann habe ich jetzt mit dem Tischler gesprochen. Die sagten, ja, müssen wir mal gucken. Schicken Sie mal ein paar Fotos, wie das aussehen soll und was für ein Holz hätten Sie gern. Und ich so, keine Ahnung, habe dann einfach so nach bestem Wissen und Gewissen ein paar Bilder gemacht und bekam dann also die Information, es wird wohl um die 200 Euro kosten. Hauptsächlich ist das Arbeitslohn, weil da jemand halt irgendwie drei bis vier Stunden mit beschäftigt sein wird. Und dann kommt natürlich noch ein bisschen Material mit dazu. Und das dauert wohl auch eine Zeit lang, diese komischen Dinger so anzupassen oder überhaupt zu bekommen. Da müssen Sie auch erst mal gucken, was das genau ist und so. Und naja, stelle ich also nochmal zurück. Wobei diese Platte, das wird, glaube ich, ganz geil, wenn sie mal drin ist. Ich stelle mir vor, dass dann natürlich einerseits ist der Tisch dann größer, da können also mehr Leute hier ran. Und andererseits ist es viel wichtiger, kommt da so ein Schlitz in die Mitte, wo ich Kabel durchführen kann für Mikrofone, USB, Strom, sowas, diesen ganzen Zorus, den man so braucht. Und das könnte ganz cool werden, wenn das dann einmal fertig ist. Ich werde mir dann, wenn ich Bock drauf habe, also wie gesagt, das stelle ich jetzt erst mal sehr weit nach hinten. Aber im Zweifelsfall könnte ich natürlich auch einfach den Tisch ein bisschen auseinanderziehen und die Kabel durch die Tischplatte führen. Das fällt mir jetzt gerade ein. Mal gucken. Ja, und ansonsten gibt es schon noch einen weiteren Zwischenstand von meiner kleinen Abenteuerreise, die ich ja im Sommer vorhabe zur Gamescom. Ich erzählte weitlich davon, dass ich da einen kleinen Ausflug vorhabe mit meiner Nichte zusammen. Und weil das Ganze, die ganze Veranstaltung außerhalb der schleswig-holsteinischen Herbst-Sommerferien ist, gibt es also keine Möglichkeit, da unter der Woche hinzufahren. Deswegen fahren wir am Samstag. Und jetzt kam kürzlich die Mail von der Köln-Messe. Ich bin da im Newsletter. Da ist man halbautomatisch drin, wenn man sich ein Ticket kauft. Der Samstag ist ausverkauft. Also da wird richtig, richtig krass die Hölle los sein. Ja, ich fürchte fast, das könnte für sie ein bisschen frustrierend sein, wenn sie dann irgendwo so richtig dran kommt. Mal gucken, wie das wird. Aber ansonsten ist ja die Fahrt das Ziel. Nee, der Weg ist das Ziel oder so. Keine Ahnung. Ja, das war es mal wieder von mir. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen die Bürgermeisterwahl in Brunsbüttel verfolgen. Das ist nämlich mein dienstlicher Auftrag für heute Abend. Da sind Stand jetzt drei von sieben Wahlbezirken ausgezählt. Und da muss ich dann gleich noch unsere Nachrichtenkollegen in Kiel informieren, dass die das vermelden können. Das Ergebnis sieht im Augenblick nach Stichwahl aus. Wenn jetzt nicht noch einer richtig an allen anderen vorbeizieht und über 50 Prozent holt, das wäre sehr beeindruckend, aber wird wohl nicht passieren. Bei fünf Kandidaten kann ich mir das nicht vorstellen. Obwohl, naja, nach drei Bezirken ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen für zwei Leute. Und ja, mal sehen, was da passiert. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich werde euch berichten. Vielleicht, wenn ich daran denke. Ich wünsche euch was. Eine ganz tolle Woche vor allem. Und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Das wird super. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.